Das ist halt leider auch viel Marketing und viel Werbung, weil manche Firmen nutzen das einfach aus, dass Leute wie ich oder wie ihr zum Beispiel Probleme damit habt und die denken sich dann, okay, geil, machen wir den Werbeslogan, nie wieder Pickel, keine Ahnung, dies, das und dann kaufen die das und das sind komplett überteuerte Produkte. Der erste geht immer kaputt, das Ding runter, Selina. Das sind so Butternöckchen. Der erste Krepp ist definitiv ein Fail, das will. Schmeißen ihn um. Oh Gott, oh nein, nein, wir müssen jetzt handeln. Ich muss ja ganz dezent sagen, dass meiner ja schon viel besser aussieht, das geht schon den ganzen Tag. Als Deiner, was ist denn das? Good morning, friends. Ich habe ein schönes Outfit of the day. Ich hoffe, euch geht es gut, weil mein Outfit ist ganz unspektakulär heute eigentlich. Ich zeige es euch später nochmal. Wir drehen heute meinen Glow-Up, fangen wir an zu drehen und dafür brauchen wir ein paar Szenen mit Sonnenaufgang, weil ich mir da so ein bisschen was in den Kopf gesetzt habe. Seht ihr auf jeden Fall. Ich freue mich sehr und ich nehme euch ein bisschen mit, aber jetzt fahre ich erstmal los, denn müssen wir uns ein bisschen beeilen. Es ist schon in 40 Minuten. Ich habe gerade die Speicherkarte leer gemacht und einfach den Anfang von diesem Vlog gelöscht. Und ja, das war jetzt sehr dumm. Auf jeden Fall geht hier gerade schon so schön die Sonne auf. Ich glaube, wir kommen genau zur richtigen Zeit an diesen Ort an. Ich freue mich sehr. Und ansonsten weiß ich noch nicht so ganz genau, wenn das Glow-Up kommen wird. Kommt darauf an, wie viele Szenen ich heute drehen kann und was mir alles dann noch fehlt. Also hier bin ich bescheid, aber ich versuche es auf jeden Fall im März zu bringen. Ich glaube, zu posten. Und ansonsten, das ist so schön. Und ansonsten, das ist so schön. Ja, und jetzt ist Frühstück im ersten Mal. Ich habe mir schon einen Wurst, ein Mozzarella-Bällchen und ein Frischgepast-Ursaft. Und mein Gott, ich muss meinen Kaffee retten. Stopp! So. Kaffee gibt es jetzt auch schon. Ich habe mir gerade zwei Spiegel-Eier gemacht mit Rührei-Gewürz von Just Spices-Gewürz. Und hier habe ich noch ganz, ganz viel Obst. Ja, das werde ich jetzt erst mal essen. Wir haben auch schon halb neun. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen was abgearbeitet. Und jetzt widme ich mich wieder meinen Schulsachen, wie so oft. Spanisch fehlt mir noch zwei Aufgaben und dann kann ich es wieder einschicken. Genau, das mache ich jetzt parallel. Ich bin wieder zu Hause. Ich war jetzt bei Spanisch. Morgen habe ich Mathe nachhebe. I love it. Ich habe nicht mal jetzt mit Mathe angefangen und ich weiß auch nicht, was wir morgen besprechen wollen. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich, ja, mal gucke, um was es überhaupt grob in Mathe jetzt beim nächsten Thema geht. Dass ich ihr dann mindestens sagen kann, okay, das und das machen wir und das und das nicht. Spanisch bin ich fast fertig mit der Einstiegaufgabe. Bin ich auch richtig froh drum. Dann fehlen mir, glaube ich, noch eine mündliche, nochmal eine schriftliche und dann habe ich es. Und dann kann ich weiter mit Geschichte. Man kann das einschicken und dann kommt auch Spanisch schon. Und ja, dann kommen die sechs Hefte an Mathe, die ich bewältigen muss. Letzte Woche habe ich sechs Einstiegaufgaben verschickt und diese Woche rechne ich so mit zwei bis drei, weil Spanisch habe ich einfach einzeln gezählt. Also wenn ihr es als eine zählt, dann waren das da nur vier Aufgaben, die ich verschickt habe insgesamt. Ja, genau. Aber wenn ihr es halt einzeln zählt, waren es halt mehr. Meine Mom kommt heute Mittag noch zum Kaffee trinken, weil mein Balkon endlich richtig fertig ist. Und viele hatten letztes Mal nachgefragt, ob ich nochmal genau zeigen kann, was sich bei mir in der Wohnung verändert hat. Und das wollte ich euch jetzt schnell zeigen, weil ich es letztes Mal wohl nicht richtig gezeigt habe. Ich versuche euch die Produkte mal unten zu verlinken, dann müsst ihr das nicht in die Kommentare schreiben. Also dieser Schreibtisch hier ist dazu gekommen. Der heißt, glaube ich, Micke. Genau, der hat hier so eine Schublade und der ist auch wirklich sehr, sehr klein. Wie ihr seht, der passt hier super hin. Dann habe ich hier noch so ein Kallax-Regal aufgebaut. Das passt hier auch super rein, wie ich finde. Da sind halt meine ganzen Schulsachen drin. Also es ist wirklich super. Hier habe ich drei oder vier Bretter, die hier drüber kommen für meine Gewürze. Das Regal ist nicht angekommen, das wird per Post geschickt. Das kommt ja dann an diese Wand. Da sind Schubladen für meinen Schrank drin. Oh Gott, hier sieht es echt richtig schlimm aus. So sieht es hier halt aktuell aus. Also drei Stühle und ein Tisch, alles von Ikea. Auch die Sitzauflaggen. Mal kurz gucken, wie die heißen. Was ist die denn hier? So heißen die. Kudana. Ja, genau. Die sind ein bisschen größer. Die stehen hier nämlich über. Aber das finde ich richtig bequem. Außerdem haben die die gleiche Farbe wie der Tisch. Weil die Stühle sind nämlich total weiß. Der Tisch nicht. Und hier ist ja dieser Laufstuhl hingekommen. Die müssen auch noch bepflanzt werden, die Kübel. Das mache ich dann auch alles noch. Aber so sieht es hier erstmal grob aus. Also wie ihr seht, hier hat sich einiges verändert. Auch in meinem Schrank sind jetzt endlich die ganzen Sachen wieder vorrätig gewesen. Also die Schubladen und die Einlegeböden und sowas. Aber trotzdem ist es halt noch nicht hundertprozentig fertig. Und ich warte, wie gesagt, auch noch auf Obstnetze. Weil das kommt in die Küche. Das wird da auch hingehangen, damit ich da mein Obst reinlegen kann. Weil das fliegt ja aktuell auch alles auf der Abendshütte rum. Da habe ich einfach mehr Platz. Und dann habe ich... Achso, hier kommt auch noch ein Regal. Also so ein Brett drüber. Aber ja, und dann ist es eigentlich auch alles schon fertig. Vielleicht brauche ich da noch ein Sonnenschirm. Ein kleines Schirm. Also Mama ist jetzt da. Ich kann euch das gerade nicht so zeigen, weil sonst sieht man, wo ich wohne. Aber wir sitzen jetzt auf dem Balkon. Und ich habe vorhin... Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Ich habe Crepe-Teig gemacht. Das heißt... Ihr seht jetzt quasi... Oh Gott, das sieht aus, als würde ich jetzt gefühlt jeden Tag Crepe essen. Aber ich habe den heute mit Vollkornmehl gemacht. Und dann die Soße ist noch von Samstag. Das ist ja einfach Himmeln und Heidelbeeren. Hoteller. Zucker. Und jetzt gibt es noch Kaffee. Bestimmt. Alles gut. Meine Mom ist jetzt schon wieder gut fast zwei Stunden weg. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen Spanisch gemacht. Wir haben jetzt auch schon kurz nach vier. Und ich muss dieses Video noch schneiden. Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen Richtung Ende gehen. Aber ich wollte noch mal mit euch quatschen. Das kommt eigentlich immer ganz gut an. Und es geht um das Thema Haut. Wie ihr vielleicht merkt, meine Haut ist besser geworden. Aber sie hat natürlich für einen sind immer noch so Unreinheiten. Aber das ist wirklich kein Vergleich mehr zu von vor zwei Monaten. Guck euch mal die Videos da an. Ich weiß nicht, ob ich es da so krass gezeigt habe. Weil ich persönlich finde es einfach mega unangenehm. Ich finde es auch aktuell noch unangenehm. Es ist zwar nicht so viel, man sich schämen muss. Aber letztendlich fühlt man sich mit Pickeln irgendwie immer. Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, Leute denken von mir, ich pflege mich nicht. Dabei hat es überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe meine Haut jeden Tag gepflegt. Ich creme die ein. Ich reize die nicht mehr. Ich habe alles ausprobiert. Nur mit Wasser gewaschen. Keine Pflegeprodukte verwendet. Nur noch teure Pflegeprodukte verwendet. Keine teuren Pflegeprodukte verwendet. Naturkosmetik verwendet. Keine Schminke verwendet. Ich habe alles gemacht. Und es wurde nicht besser. Ich stehe immer noch vor einem Rätsel. Es wird besser. Und ich verwende halt die ganze Zeit, also jetzt schon seit zweieinhalb Wochen, diese Sanu-Kehl-Tropfen. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Die gibt es in der Apotheke. Und es war ein lieber Tipp von deiner Zuschauerin. Also vielen Dank nochmal an dich. Ich habe das Gefühl, das hilft bei mir wirklich gut. Meine Haut hat natürlich auch sechs Monate gebraucht, um sich zu verschlechtern. Und zwar richtig zu verschlechtern. Ich habe einfach erstmal nichts gemacht, weil ich mir dachte, das ist nur eine Phase. Ich habe also viel zu spät reagiert. Hautärzte sagen meistens auch, wenn man schon anfängt Mitesser zu sehen, dann am besten direkt schon zum Hautarzt. Dann kann man das schon stoppen. Oder auch einfach mal zur Kosmetik einmal im Monat. Natürlich kann sich das auch nicht jeder leisten. Wenn ihr euch das aber leisten könnt oder lasst es euch schenken, irgendwie zum Geburtstag, dann auf jeden Fall mal so ein, wo die euer Gesicht absaugen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Mikro. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist eine richtig effektive Behandlung. Das haben ja auch schon ein paar Leute von euch geschrieben auf Instagram, dass sie das gemacht haben und super begeistert sind. Allerdings nicht mit den Geräten für zu Hause. Ich habe da jetzt schon so viel Schlechtes drüber gehört, dass die gar nicht richtig funktionieren. Also macht es lieber beim Kosmetika. Zahlt ein bisschen mehr und die machen es dann richtig professionell. Die haben ja aktuell zu. Ich hoffe, dass sie bald wieder öffnen. Weil ich das meiner Haut gerne auch nochmal als Treatment geben würde. Ich kann es aber voll verstehen, wenn man sich dafür schämt und es einem unangenehm ist. Aber das muss es gar nicht. Aber ich struggle selber damit. Also ich möchte gar nicht irgendwelche Worte hier verwenden. An die müsste ich mich selbst erst mal halten. Und es ist sehr schwer, wenn man so unreine Haut hat. Ich sage jetzt mal ohne Schminke gerne ins Spiegelbild zu gucken. Weil ich habe damit auch gestruggelt. Weil ich da halt nie Probleme mit hatte. Und dann bam in your face kam es von der Pille absetzen. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die sehen das dann und die kommentieren dann so gemeine Sachen diesbezüglich. Und das ist dann auch voll verletzend. Aber ich habe darüber gelernt zu stehen. Und deswegen möchte ich gerne mein Wissen mit euch teilen. In der Hoffnung, dass es halt auch vor allem bei euch funktioniert. Aber dieses Mittelchen ist ein Wundermittelchen. Ich schwöre drauf. Es ist auch kein Medikament. Es ist rein pflanzlich. Also da kann nichts passieren. Ich nehme das immer zweimal am Tag. Genau das kann ich auch noch sagen. Zehn bis fünfzehn Tropfen, glaube ich, soll man nehmen. Oder fünf bis zehn Tropfen. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber ich nehme mal zehn. Und das mache ich morgens nach einem Aufstellen und abends zum Schlafen gehen. Immer hier zwei Zentimeter, bevor der Daumen anfängt, diese Tropfen hier auf den Handrücken geben und dann ablecken. Warum auch immer, frag mich nicht, hat mir auch diese Zuschauerin gesagt. Und sie meinte einfach, dass es bei ihr Wunder verbracht hat. Und ich muss wirklich sagen, dass es für mich langsam auch funktioniert. Deswegen macht es einfach. Probiert es einfach aus. Und schreibt mir gerne, ob es bei euch hilft. Oder vielleicht kennt ihr auch noch Hausmittel oder Tricks oder irgendwelche Produkte, die euch helfen. Es ist halt leider auch viel Marketing und viel Werbung. Weil manche Firmen nutzen das einfach aus, dass Leute wie ich oder wie ihr zum Beispiel Probleme damit habt. Und die denken sich dann, okay, geil, machen wir den Werbeslogan. Nie wieder Pickel, keine Akne, dies, das. Und dann kaufen die das. Und das sind komplett überteuerte Produkte, so, keine Ahnung, 100 Euro. Und die bringen gar nichts. Und das tut mir dann immer so total leid, weil ich habe schon so viel ausprobiert. Und ich kann euch wirklich nichts empfehlen, was bei mir geholfen hat. Beispiel Junglöck, das ist so eine Sache. Ich liebe Junglöck und ich habe auch mit denen kooperiert. Und viele hatten mir auch geschrieben, dass sie das total gut finden, dass die auf Nachhaltigkeit und vor allem auf die Natur, also die Naturkosmetik setzen. Ich kann euch aber, wie gesagt, nicht sagen, dass diese Produkte helfen. Sie pflegen halt einfach super gut. Und meine Haut war immer extrem weich, aber das Pickel davon weggehen ist leider nicht der Fall. Und deswegen kann ich da auch nicht sagen, dass die Pickel davon verschwinden. Also es ist das Beste, wenn ihr einfach zum Hautarzt geht und euch dann mal beraten lasst. Aber auch da gibt es leider immer wieder schwarze Schafe. Aber ich war auch mal bei einem, der meinte dann, da kann man nichts machen und wollte mich dann wieder rausschicken. Vergesst aber bitte nicht, dass ihr trotzdem wundervoll seid. Ihr seid wunderschöne Menschen und lasst euch das von gar niemandem ausreden. Lasst euch das nicht kaputt machen. Es ist einfach, ich würde euch gerne helfen. Und es nervt mich halt selber, dass ich kein Produkt kenne, was hilft bis auf das hier. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch zu einem neuen Video. Ich muss mal gucken, ob am Mittwoch ein Video kommt, weil ich für Samstag ein anderes Video geplant habe. Und da muss ich etwas länger drehen. Also ich drehe die ganze Woche, deswegen muss ich gucken, was da am Mittwoch kommt. Deswegen zu 50% kommt da eins. Also schaut einfach vorbei. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao.